Schnelle Suche! Oha, ne Fünfergruppe gegen uns. Wir haben ein random Gsul. Ist echt krass, wie viele Spieler bemutet sein müssen, ey. Doch echt deutlich mehr als man denkt, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Er hat dann im Spiel danach auch wieder zwei, nicht in meinem Team, beim Gegnerteam. Wenn diese Schlacht vorüber ist, werde ich euch nicht mehr wohlgesinnt sein. Ja. Wir müssen auch noch mal ran, Heldenliga, die Tage, ey. Und dann noch mal alle Motivation zusammenreißen, ey. Mit zwölf kann ich mich irgendwie nicht zufrieden geben. Aber hier, für die Punkte zählt der höchst wie jemals erreichte, ne? Ach so. Was hast du da? Sechs, glaube ich. Ja. Dann kriegst du das, was für Rang sechs... ... der Ältesten. Was ja ganz nett ist eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Ja. Schnelle Suche. Oh, ganz kurz auf, Karl. Oh, ganz kurz auf, Karl. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Tanks. Oh, yes. Wie dachte ich, du spielst du? Haha, ne. Ah, den kann ich ja einigermaßen. Da brauche ich ja nicht in der Schnellsuche üben. Ah, die Flammen haben leider nicht getroffen. Schnell hoch. Ach. Komm zurück. Good job. Ach, unten habt ihr nicht gekriegt, oder was? Ne. Ja, da waren drei oder vier Leute, ne? Ja, ist okay. Und der Random-Xul hat sich direkt gedacht, ich mache ein Gefängnis auf einen Hämmer und ist dabei fast gestorben. Ach. Ach. Doch, das kann den Toue bauen. Das ist der team. Aber was der für Ertl quartierste? Warum läuft eigentlich immer mit allen anderen? Weiß ich auch nicht. Okay, wollen wir den mal da rausholen? Ah, bleib mal auf den Oost und wenig Damage Oh, bleib mal dausholen Bleib da, bleib da Ich wollte ihn gerne blocken, aber der Hammer hätte mich sonst gekillt Das kann ja nicht genug sehen Ade Das ist doch cool Oha 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 Okay, zu, ey Naja, besser spät als nie Und dann zum Suicide, ey Lass sie einfach das Ding haben Oh, der Beineberg fliegt auch mal an Tschüss Beineberg, tschau Oha Tote Gräber Oha 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 Und ich guck dir denn auch nicht wirklich wie gut ist, ey Na Der wegkommt, ey. Ciao! Aha. Oh. Der Volt hier gezündet, okay. Tschüss. Wir müssen versuchen, eins zu kriegen, ne? Ja, das wird noch nicht so weit. Erst mal einreißen hier. Hallo. Na los. Na gut. Komm, der Hammer macht keinen Fall. Ja, ich mach das noch alleine. Nicht. Oh, Mann. Wir müssen sehen, ob ihr diesmal eure Lektion lernt. Wir brauchen nur einen Turmverlust. Sie verdauen. Ah. Ich bin Dome. Ich hab noch einen Turmverlust. Ich werde es hier raus. Ich habeamos noch, wölge! Ich habe eine Kriste von der Lektion. Wie kann ich noch das? Ich habe Talent-Dome. Ich habe noch eine Kriste von Lektion. Ich habe ein Ausgaben gemacht, weil ich sagen, ich bin nur noch nicht wie viel. Okay, wir müssen hier. Guck dir mal Gzul's XP an. Ja ja. Abstand die niedrigste im Team als Specialist. Der weiß halt was dein Job ist ne. Ja. Oh yes. Oh man darf sowas einreißen hier. Achtung der Hörer. Ja Kinas wo war die? Ja. Irgendwer ist gewesen. Ja. Oha ich bin explodiert. Oh. 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 Ich weiß es wie ein Käse zu geben. falls diese möglichkeit bieten und durch alle mal formale und live und potter weg ja ich würde sagen im zweifel kümmern wir uns um die beiden tempel oben lassen wir lassen mich mal unten holen und ich kann meine ulti ja unbegrenzt einsetzen ok teppich halt hinten also unten sind zwei ja ich komme runter direkt oben hat jeder einen gekriegt oh nein der immer schade ich musste mit tracer kämpfen der hat mich fast getötet ich hab's gesehen ich bin sofort tot komm komm wer ist geblendet der macht keinen schaden komm direkt mitte nächstes auseinander nehmen komm 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 und top auch boss machen die defen eh ja ich komme ja dann wenn sie es zurückholen ah perfekte arming schaffen wir es vorher? ja ja die sind ganz unten go go ah die fitzer wir nehmen zuerst deren hier alle dingen hier ne noch um die lol ich habe mich geraptet mit der ulti komm alle sind geblendet ja ich nehme unsers weil ich bin eh lowlife nice mal in der Mitte wiederholen und mach ihm Potter weg gib mal gib mal ruhig mit der Helfen war das alles demonstriert das meine Werk meine Werk hört der uns eigentlich? der hört uns nicht so und bot kriegen wir wieder ein zwei Schüsse aber jetzt können wir das Camp hier holen und wir haben eine feste zerstören die alte werden bald erscheinen Helden oh kann ich noch sterben Oh, sieht so aus, ne? Denkt dran, Tempel, guys Wollt ihr da noch Vandale machen? Sieht sehr risky aus Ich tapp mal Nehmt die Altäre ein Enttäuscht mich nicht Ich bin geblendet Diablo ist auch so asozial, ne? Junge, Junge GG Schön Tausend Erfahrungen Nice